Ich bin ganz nah geschafft. Ich bin gerade im Freibad gewesen. Und zwar folgendes, gestern an einer Gemeinderatssitzung, dann ist festgestellt worden, dass es demnächst plötzlich wärmer wird. Und da hat einer gemeint, kann man das Freibad aufmachen. Wir haben viele ja angesagt und der Rest auch. Und ja, dann ist man auseinander gegangen. Der Bürgermeister ist noch in den Urlaub gefahren, die ist 14 Tage da. Dann haben wir gedacht, musst du ein Zeugen setzen, musst du einbringen. Rasenmäher geschnappt, noch unterbrochen. Und da ist ein Freibad, da ist so ein Bege, da ist Wasser drinnen. Der ist arschkalt, aber unbeheizt und drumherum ist halt so eine Liegewiese. Und die Bedarf etwas der Pflege, haben wir nicht mehr denkt. Und das stinkt für mich. Ja, weil es ja ökologisch und ökumenisch drauf haben. Da setzen wir mal die Drei-Felder-Wirtschaft um. Rasenmäher eingestellt, ganz unter. Eure Bahn so breit wie mein Rasenmäher herumzogen, war ganz nah mit. Nächste war ein Rädel ein bisschen hergestellt. Ist vielleicht so jetzt die nächste paar, die sich ausschließt. Da sagen wir mal so zwei Fänger hoch. Und die nächste paar, die ist noch doppelt so hoch. Und so wieder die nächste paar immer nachgemäht, halb nachgemäht und her. Und das die ganze Zeit. Hat ein wunderschönes Muster geben. Ich glaube, die Leute morgen ist auch eine Eröffnung. Ein halber Zähne. Die werden er freut haben. Dann kannst du individuell raussehen, wo du nachlegen willst. Und das ist einfach eine Sache. Das hat was. Und ja, ist halt was Besonderes. Gut, das war eine Entscheidung im Gemeinderat. Die war einsam, aber von mir. Und sollte jetzt da irgendwelche Nachfragen kommen, wer jetzt da hier gemäht hat, denke ich mich aus taktischen Gründen, weil ich mich mal etwas bedeckt halte.